So Leute, das letzte in dieser Aufnahmesession, der zweiten jetzt schon, dritte Aufnahmesession jetzt, in diesem Platz, in diesem Ort, diesmal halt mit anderem Licht und so weiter, getestet gewesen. Mal gucken, wie das ist. Man sieht auch langsam den Schatten. Das gefällt mir schon mal nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns, dass das letzte Booster an, was ich aktuell noch so was geschlossen habe, das sah ich öfter. Chronicles, auch hier 1995, auch hier Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark. Der Unterschied ist, Renaissance ist nur in Französisch, Deutsch und irgendwas entschieden. Chronicles eben auch Englisch und so weiter. Chronicles ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, eine der Gründe, warum es die Reserved List gibt. Und es ist weißrandig. Ich habe es vergessen. Es ist weißrandig. Oh mein Gott. Ja. Ich bin mal so dreist. Oh, falsche Richtung. Dann gehen wir so ein bisschen rein. Wall of Opposition. 5 Mana 06. Für 1 Mana kriegt die plus 1, plus 0 bis zumindest zu groß. Großartig. Ära Hanam Jin. 4 Mana 4, 5. Und zu Beginn des Upkeeps kann man dann nicht Wall-Kreatur Forest Walk geben vom Gegner. Ah, weil es 4 Mana 4, 5 ist. Oh, man muss natürlich einen Nachteil haben. Oh mein Gott. Beasts of Bogardan. 5 Mana 3, 3. Schutz vor Rot. Und solange der Gegner was weiß ist kontrolliert. Any White Cards kriegt der plus 1, plus 1. Okay. Runesword. 6 Mana, defakt. Heilige Kacke. 3 Mana tappen. Eine angreifende Kreatur. Erwahl kriegt nicht plus 2, plus 0. Ähm. Äh. Ach, eine Kreatur, die von dieser Kreatur Schaden zufügt, kann nicht regeneriert werden. Wenn so einer Kreatur Schadens-Lethal-Damage zugefügt wird, wird sie aus dem Spiel entfernt. Äh, wird liebste... Ah, okay. Wenn es die Kreatur aus dem Spiel nimmt, ist das Sword mit... Wall of Heat. 3 Mana 2, 6. Ist das, glaube ich, unser Rare? Emerald Drangfly. 2 Mana 1, 1. Fliegend. 2 Mana... Kriegt Ersschlag, wenn es zu ist? Oh Gott. Repentant Blacksmith. 2 Mana 1, 2. Schutz vor Rot. Gazaban Ogre. 1 Mana 2, 2. Während des Versorgungssegments eines Spielers. Kriegt der Spieler mit dem höchsten Leben den Gazaban Ogre. Ähm. Wenn es gleichzeitig ist, äh... Ja. Passiert gerade auf derjenige, der hat, entscheiden wo er hingeht. Mountain Jetty. 4 Mana 3, 3. Mountain Walk. Schutz vor Weiß. So viel Hass gegen Weiß. Transmutation. 2 Mana Instant. Bis zum Ende des Zuges kann man Angriff und Power von der Kreatur switchen. Alter Tafna instead. Und Weiß Versa. Weiß Versa. Was ist das? Was? Und umgekehrt. Wow. Das sind... Wie man damals noch geschrieben hat auf den Kahn. Abartig. Cat Warriors. 3 Mana 2, 2. Forest Walk. Und Bumerang. 2 Mana, man bringt permanentes Zug auf die Hand. Oh mein Gott, ist der hässlich. Ja. Das war Chronicles. Ich geh mal davon aus, das hier sind unsere 3 Uncomes. Das ist unsere... unsere Rea. Das... das Runesword. Ähm. Ja. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber es ist halt Chronicles. Ich wollte was Altes aufmachen. Wir sehen uns 4 Mana. Ja. Vielen Dank.